Vellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner Live. Ja, willkommen zurück bei Vellner Live. Und uns zugeschalten ist jetzt der FPÖ-Chef Norbert Hofer. Grüß Gott, Herr Hofer. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Grüß Gott, Herr Vellner. Wir haben heute die Regierungspressekonferenz mit der eigentlich, muss man sagen, Lockdown-Verlängerung alle gesehen. Es gibt zwar kleine Schritte der Öffnung in den Schulen, der Handel, auch die Friseure werden geöffnet. Aber eigentlich, muss man sagen, geht dieser Lockdown bis 7. Jänner. Haben Sie das in dieser Härte so erwartet? Nun, es sind sehr, sehr schmerzhafte Maßnahmen. Und Sie wissen ja, dass die Nationalbank vor wenigen Tagen eine Simulationsrechnung veröffentlicht hat, um zu sehen, wie es der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt in den nächsten zwei Jahren gehen wird. Und dort sehen wir, dass etwa 10 Prozent der Betriebe diese kommenden beiden Jahre nicht überleben wird. Das ist aber jetzt die Verlängerung des Lockdowns noch gar nicht mit eingerechnet. Bei der Gastronomie werden es 29 Prozent sein, im Bereich der Kultur- und Freizeitwirtschaft 31 Prozent. Das wird jetzt natürlich noch schwieriger werden und wir werden alle diese Maßnahmen natürlich auch zu spüren bekommen. Sie hätten sich mehr Öffnungen gewünscht. Was hätte denn Ihrer Meinung nach alles aufsperren sollen? Also unser Grundsatz war, wirtschaften unter Regeln. Das heißt, wir hätten anstatt des bestehenden Lockdowns auch im Handel vorgezogen, den Handel offen zu lassen. Warum? Weil jetzt mit der Öffnung knapp vor Weihnachten sich sehr, sehr dichte Kundenströme auch bilden werden bei den Geschäften und Einkaufszentren. Wir hätten gesagt, öffnen, aber hier auch Regeln, damit am Vormittag Senioren einkaufen können, am Nachmittag alle anderen Kunden. Jetzt wird es darauf ankommen, dass man darauf achtet, dass eben es nicht zu einem zu dichten Kundenstrom kommen wird. Und was auch schwer verständlich ist, ist, dass die Kinder von 10 bis 14 Jahren jetzt da mit der Maske im Unterricht sein werden. Das wird sehr, sehr schwer auch für die Kinder werden. Und im Gastro-Bereich glaube ich, dass ein Öffnen möglich sein müsste. Nicht erst für die Clubs und Bars, wo man bis drei in der Föder ist, aber für das Dorf, das Haus, das Mittagessen, das Abendessen um 18 Uhr. Also das wäre natürlich möglich gewesen. Das heißt, Sie wären dafür gewesen, Gastronomie und Hotels jetzt schon zu öffnen? Ja, unter Regeln, weil wir einfach glauben, dass die Unternehmer sehr, sehr gute Konzepte, Sicherheitskonzepte vorgelegt haben, um sicherzustellen, dass nichts passiert. Und es ist auch schwer zu erklären, warum ich in einem Baumarkt zum Beispiel mich anstellen kann und dort aktiv sein kann, aber im Wirtshaus an meinem Tisch sitzend mein Mittagessen nicht einnehmen kann. Jetzt hat der Finanzminister ja angekündigt, dass der Umsatzersatz für diese Branchen, nämlich die Gastronomie und den Hotelbereich, auf 50 Prozent herabgesetzt wird. Bisher waren das 80 Prozent. Ist das Ihrer Meinung nach zu wenig? Nein, das wird sehr schmerzhaft sein. Natürlich ist es für viele Betriebe zu wenig. Sie werden das nicht überleben. Und deswegen noch einmal zuerst hat man den Betrieben gesagt, es müssen Konzepte erstellt werden. Dann haben die Betriebe das gemacht, sie haben investiert, sie haben sich vorbereitet und dann müssen sie doch zusperren. Und der Umsatzersatz sinkt eben massiv. Wir sind, wie ich vorhin erwähnt habe, jetzt bei einer Modellrechnung, wo 29 Prozent der Betriebe die nächsten beiden Jahre nicht überleben werden. Mit diesen Maßnahmen wird es noch schwieriger sein. Auch Weihnachten wird sehr streng geregelt. Maximal zehn Personen dürfen sich zu Weihnachten treffen. Was halten Sie denn von dieser Regelung? Also ich bin ja für alle Maßnahmen, die evidenzbasiert sind, damit sich das Virus nicht ungehindert ausbreiten kann. Aber eben evidenzbasiert. Und ich glaube einfach, dass alle, egal ob Unternehmer, ob Arbeitnehmer, ob Familien, auch eine Sicherheit benötigen, wie es weitergeht. Und genau diese Sicherheit fehlt, weil es gibt immer eine Pressekonferenz, wird eine nächste Pressekonferenz angekündigt, dann wird eine Verordnung angekündigt. Und viele Menschen wissen nicht, wie sich die Zukunft gestalten wird. Werden Sie sich eigentlich an diese Vorgabe halten, nur mit zehn Personen Weihnachten zu feiern? Ich bin angelobt auf die Gesetze der Republik Österreich und auf die Verfassung. Und auch wenn ich Maßnahmen kritisiere, halte ich mich daran. Das ist auch die Pflicht eines Politikers und eines jeden Menschen. Was glauben Sie denn? Wird es bei diesem Lockdown jetzt bleiben bis 7. Jänner? Oder befürchten Sie, dass das Ganze dann noch einmal verlängert wird? Ich befürchte, dass es wieder zu ähnlichen Maßnahmen kommen wird. Sie können sich erinnern, ich habe bereits vor einigen Wochen gesagt, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen wird. Ich wurde damals korrigiert vom Gesundheitsminister, der gemeint hat, das sei keine Ente, das sei eine ganze Entenfarm. Der Vizekanzler hat gemeint, ich wäre ein Fall für den Sektenbeauftragten. Andererseits hat der Bundeskanzler gesagt, er hätte schon vorher alles gewusst, es käme zu diesem Lockdown. Was mich stört, ist Folgendes. Wenn man das wirklich gewusst hat, warum wurden dann in den Wochen und Monaten davor keine Maßnahmen in den Gesundheitseinrichtungen gesetzt, um hier Reservekapazitäten zu schaffen und der große Sündenfall ist natürlich das, was in den Pflegeheimen passiert ist. Die Experten haben immer gesagt, man muss genau diese Gruppen schützen. Dort müssen wir uns anstrengen. Das ist nicht passiert. 42 Prozent aller Todesfälle gibt es in den alten Wohn- und Pflegeheimen, die jetzt noch dazu mit fehlerhaften Chinamasken ausgestattet worden sind. Und man wird sehen, wie viele Opfer auf diese fehlerhaften Masken zurückzuführen sind. Jetzt gibt es ja teilweise viel Aufregung auch um die Pflegeheime. Es gibt gewisse Pflegeheime in Kärnten zum Beispiel. Da darf man seine Angehörigen gar nicht mehr besuchen, also nicht einmal eine Person. Ist das Ihrer Meinung nach angesichts der aktuellen Situation unausweichlich? Oder halten Sie das, wie Linde gesagt, für eine Frechheit? Das ist nicht unausweichlich, denn es ist notwendig und das war der große Fehler, für die nötige Schutzausrüstung zu sorgen, die zentral zu beschaffen gewesen wäre. Das bin ich ein großer Freund des Roten Kreuzes, wo ich selbst auch Mitglied bin. Aber das ist doch eine staatliche Aufgabe. Und wenn man weiß, und ich weiß das wirklich, weil auch meine Frau in diesem Bereich beschäftigt ist, wie es den älteren Menschen geht, die alleine sind im Pflegeheim, die vereinsamen, die vielleicht wissen, dass sie nicht mehr so lange zu leben haben und dann ihre Lieben nicht sehen können, dann ist das etwas, was wirklich, wirklich hart ist und auch unmenschlich ist. Das heißt, testen der Besucher, wenn sie ins Pflegeheim kommen, eine gute Schutzausrüstung, aber bitte nicht die Menschen vereinsamen lassen. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo es den Patienten nicht schlechter geht, wo man auch merkt, dass dieser fehlende soziale Kontakt viele, viele weitere Probleme verursacht. Kommen wir zu den Massentests. Die laufen ja in diesen Tagen an. Die erste Gemeinde in Österreich, nämlich Annaberg in Salzburg, hat den Massentest bereits hinter sich. Die FPÖ kritisiert diese Massentests sehr scharf. Warum eigentlich? Was haben Sie gegen diese Massentests? Ich sage das, was auch die Experten im Gesundheitsministerium sagen. Es gab eine Teststrategie, die am 13. Oktober erst vor wenigen Wochen veröffentlicht worden ist. Und da wurde ganz klar gesagt, dass es keine Massentests geben soll aus zwei Gründen. Erstens werden ganz wichtige Kapazitäten gebunden, die man in anderen Bereichen braucht. Und zweitens sind viele dieser Tests auch falsch und daher in der Praxis dann eben wenig zu gebrauchen. Deswegen, wie gesagt, das Ministerium selbst hat gesagt, nein, bitte nicht machen. Dann kam die Pressekonferenz des Bundeskanzlers, wo offenbar unabgesprochen Massentestungen angekündigt worden sind. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte ja Corona, ich weiß, dass bei meiner Bezirksverwaltungsbehörde, die für mich zuständig war, dass man dort alle Hände voll zu tun hatte, um vom Test bis zum Testergebnis bis zum Bescheid zu kommen. Und wenn es einfach quer getestet wird, dann wird es ganz, ganz schwer sein für die Behörden, auch hier nachzuziehen und rechtzeitig zu den notwendigen Maßnahmen zu kommen. Aber das heißt, Sie werden sich nicht testen lassen, Herr Hofer? Naja, ich bin ja, ich habe ja Corona vor kurzem gehabt, bei mir wäre es tatsächlich dann doppelt sinnlos. Würden Sie, weil Ihre stellvertretende Klubob, Frau Belakowitsch, hat ja sogar zum Boykott dieser Tests aufgerufen. Sie haben sich da ein bisschen zurückgepfiffen. Hat Sie das geärgert? Na, zurückgepfiffen ist ein Begriff, den ich hier nicht verwenden will. Ich habe nur korrigiert, weil wir eine freiheitliche Partei sind. Das ist der wichtigste Satz und der erste in unserem Parteiprogramm. Das heißt auch die Freiheit, dass der Bürger sich selbst entscheidet, welchen Weg er gehen will, ob er sich testen lassen will oder eben nicht. Dasselbe gilt auch für die Frage der Impfung. Aber umgekehrt darf es nicht so sein, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, dann indirekt mit Sanktionen belegt werden. Das heißt, dass sich einer, der sagt, ich will mich nicht impfen lassen, weil ich nicht weiß, ob dieser Impfstoff vielleicht Nebenwirkungen hat. Ich hoffe, es ist nichts, aber sicher ist gar nichts, dass man dann gewisse Geschäfte nicht betreten darf, gewisse Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen darf oder man aus Österreich nicht ausreisen darf. Da werden wir sehr genau darauf achten. Sie haben am Wochenende in der Pressestunde eben gesagt, es wird von der FPÖ keine Empfehlung für die Impfung geben. Ist die Impfung nicht der einzige Weg oder unsere einzige Chance, dass wir nächstes Jahr wieder normal leben können? Dann wäre es nicht dementsprechend höchst sinnvoll, wenn sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen? Trotzdem ist es die Entscheidung des Bürgers, denn kein Impfstoff ist hundertprozentig sicher und es ist ein neuer Impfstoff. Normalerweise dauert es zehn bis zwölf Jahre vom Beginn weg, bis ein Impfstoff auch wirklich eingesetzt werden kann. Hier ging es sehr, sehr schnell und ich habe großes Verständnis für jene Menschen, die sagen, ich will das nicht und ich will mich nicht impfen lassen. Jetzt hat der Klubobmann Herbert Kickl der Regierung heute sogar indirekt Korruption unterstellt und zwar bei der Beschaffung der Tests von der Firma Roche, dass die zu überteuert eingekauft wurden, dass es da alle möglichen Gespräche gegeben haben soll im Vorfeld. Ist das nur eine Vermutung oder ein Vorwurf, den Sie in den Raum stellen oder haben Sie da auch konkrete Beweise dafür? Nun, Tatsache ist, die Tests sind für Österreicher und Österreicherinnen wesentlich teurer, als das in anderen Ländern der Fall ist. Und wir werden sehr genau prüfen und auch rechtliche Schritte prüfen, wie es zu diesen überteuerten Einkäufen gekommen ist. Denn es ist ja sehr, sehr viel Geld, das verwendet wird, noch dafür für eine Maßnahme, die das Gesundheitsministerium selbst noch vor wenigen Wochen als schädlich bezeichnet hat. Und daher ist es für uns schwer nachzuvollziehen, warum man diesen Weg gegangen ist. Tatsache ist, es kostet viel Geld und es gibt auch immer jemanden, der daran verdient. Werden Sie das auch im Parlament thematisieren? Ja, selbstverständlich. Das wird ein großes Thema im Parlament sein und werden uns sehr, sehr ausführlich damit befassen. Jetzt hat die FPÖ ja immer wieder einen Corona-Untersuchungsausschuss angekündigt. Wie sieht es denn da aktuell aus? Soll der kommen? Wird der kommen? Wann wird der kommen? Dieser Untersuchungsausschuss wäre höchst sinnvoll, denn er dient ja auch dazu, dass man aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit lernt. Niemand kann uns garantieren, dass das die letzte Pandemie ist, die uns eilen wird. Und wir müssen einfach schauen, dass wir für die Zukunft die richtigen Maßnahmen setzen. Also hat man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte gesetzt? Wurden die Expertenmeinungen tatsächlich gehört? Wurden Maßnahmen gesetzt, die vielleicht sogar schädlich waren? Und wie geht man in Zukunft damit um? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor einigen Jahren wurden in Österreich von politisch Verantwortlichen die Herresspitäler gesperrt. Und genau diese Herresspitäler würden wir jetzt dringend benötigen, wenn es darum geht, die Kapazitäten zu nutzen, die uns jetzt fehlen. Herr Hofer, Sie haben ja eh auch schon angesprochen, Sie hatten ja selber Corona. Und man hört immer wieder von Genesenen, die aber danach noch mit Erschöpfung, mit Ermüdungserscheinungen zu kämpfen haben. Haben Sie auch solche Symptome noch, solche Nachwirkungen der Erkrankung? Nein, habe ich nicht. Bei mir war es so, dass es Symptome waren, die einer Grippe ähnlich waren. Ich vergleiche jetzt nicht die Grippe direkt mit Corona. Aber ich muss doch sagen, wie es mir gegangen ist. Und dann einige Tage später, drei bis vier Tage später, kam eine gewisse Kurzatmigkeit dazu, die mich dann noch etwa zwei Wochen danach beschäftigt hat. Aber mittlerweile bin ich, wie Sie hören, hoffentlich auch wieder ganz gesund. Und ganz zum Schluss noch, Herr Hofer, ein anderes Thema. Es gab am Sonntag einige Diskussionen, weil der FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz in einem Interview gesagt hat, er sieht keine Notwendigkeit mehr, dass sich die FPÖ von den Identitären distanziert. Da steht ja eigentlich im direkten Widerspruch zu Ihrem Parteitagsbeschluss. Also dieser Beschluss, dieser Vorstandsbeschluss gilt, wer bei den Identitären aktiv ist, kann nicht Mitglied der FPÖ sein. Aber umgekehrt ging es hier um einen ganz konkreten Fall, um einen jungen Mann, 17 Jahre alt, wo wir gesagt haben, wer wird sich nicht von diesem jungen Mann distanzieren, weil er unmittelbar nach dem Terroranschlag in Wien ein Posting auch abgesetzt hat, das Verständnis gezeigt hat für eine Demonstration gegen den Islamismus. Das heißt, es geht immer um die konkrete Maßnahme und wie sich jemand persönlich verhält. Und das ist für uns wesentlich. Da muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Aber distanzieren Sie sich persönlich eigentlich von den Identitären? Ich kann mich nicht von etwas distanzieren, wo ich kein Naheverhältnis habe. Ich bin Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs. Wir setzen unsere Maßnahmen um. Und ich kann keine Verantwortung übernehmen für andere Organisationen, die mit der FPÖ nichts zu tun haben. Daher fühle ich mir schwer, eine Distanz dort aufzubauen, wo es keine Nähe gibt. Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Danke, alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es gleich weiter bei uns. Und zwar mit unserem Mittwochs-Duell, mit unseren Mittwochs-Insidern. Peter Westenthaler und Josef Tschab, die sind gleich zu Gast bei Wolfgang Fellner. Und auch dort geht es natürlich um den Lockdown, um die Lockdown-Verlängerung, um die Öffnungsschritte. Nächste Woche, was sagen Sie zur Präsentation der Bundesregierung heute? Aber was sagen Sie auch zu den Massentests, zur Impfung, zur Corona-Situation generell in Österreich? All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Untertitelung des ZDF-19 Vielen Dank.